Mit ihren 67 Jahren ist Caitlyn Jenner bereits stolze Oma von zwei süßen Mädchen. Und weil diese ihre Oma so gerne haben, besuchen sie sie auch mal backstage. Caitlyn Jenner wird von ihren Enkelin hinter den Kulissen von James Corden's Late Night Show überrascht. Wie groß ihre Freude darüber ist, zeigt sie mit diesem Posting auf Instagram. Die 67-Jährige schreibt, Überraschungsbesuch hinter den Kulissen der Late Night Show. Ich liebe es, von meiner Familie unterstützt zu werden. Die beiden Mädchen zeigen sich sichtlich glücklich, ihre Oma besuchen zu dürfen. Wie schön, dass die Familie so gut zusammenhält.